Boah, Can, guck mal, ich hab dich grad eh schon die FIFA gefickt. Was laberst du, du Kek, Alter? Das siehst du doch, 2-1 für mich. Was, ich liebe, das ist nicht 2-1 für dich, das 2-1 für mich, du Kek. Boah, wenn ich dir diese Videos von diesen Green Bros angucke, ne? Ich dreh durch, Alter, ich hab Hunger, Mann, Hunger. Hä? Fack nicht ab, Junge. Oh, boah! Fie fass eh scheiße. Du bescheid. Ey, ich hab voll Hunger bekommen, Digga. Ich hab voll Bock auf was Süßes, ja? Mach mal was Süßes. Sollen wir noch zu Valentino gehen davor, oder willst du wirklich nur was Süßes? Valentino? Pizza? Boah, ich hab Bock auf Chicken Nuggets, ich schwöre. Du isst doch eh wieder nur 3 Stück und dann heult sie wieder rum, kannst du nicht mehr ganz. Bist du blöd? Was können wir essen? Was können wir machen? Lass mal was machen, ja? Worauf hast du denn Bock? Irgendwas mit Nutella. 20er Nuggets, ich würd dich zerstören. Wettessen. Gar kein Fall. Doch, safe. Peanut Butter. Soll wir jetzt machen? Ich zerstör dich. Du wirst verlieren. Nein, du kannst nicht viel essen. Boah, ich weiß was. Fangkuchen. Was für Fangkuchen? Okay, der Verlierer, ne? Der kriegt ein Eimer Wasser über den Kopf. Nein. Doch. Ich hab ne viel bessere Riesen. Erzähl? Fack mit Nuss an und hab mit Ecken auf. Nussflecken? Ja, okay, komm. Machen wir so. Okay, machen wir so. Aber jetzt lass mal das Spiel noch zu Ende spielen. Es steht einfach 3-1 für mich. 3-1, Junge. Nussecken! Oh mein Gott! Habt ihr das gehört, Leute? Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Green Bros. Ja, und heute präsentieren wir euch die besten Nussecken der Welt. Außerdem, seht zu, wie Can gegen Can antritt im Wettkampf. 20er Nuggets, wer frisst sie schneller? Bleibt am Ball, guckt dieses Video. Ciao! Komm, ich vernichte dich kurz. Lass uns mal die Nuggets holen. 2x 20er Chicken Nuggets nehmen und 2 Hamburger. Du hast doch einfach wieder nicht gezahlt, ne? Du bist doch mein großer Cousin. Richtiger Ellen, ja. Nein, irgendwann kaufe ich dir eine S-Klasse oder so. Ja, bitte, aber Zeit. Ich denke, er fällt gleich alle in meinem Markt. Drei Stück über drei. Was ging das? Wow. Und dann gehst du? wir brauchen nicht so viel nutella wohin 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 was angebot immer mit nimm mal für türkei also was geht hier ab was ist das crepe mit nuss nougat creme füllung einfach ja wo sonst so freunde nuggets sind da und wir dachten uns als kleines ding jetzt hört sich irgendwie so einfach an hat jeder von uns noch ein burger der charme ist ja der meinung dass er das bäume ich werde den auseinander nehmen ein maß am start schaden ist auch schon bereit denke ich weiß der weiß was auf die zukunft zieht euch doch mal diese geilen muss natürlich haben wir noch eine green bros variante gemacht die ganzen zutaten hierzu findet ihr unten in der beschreibung und wir starten mit butter stückelt ihr am besten damit die es einfacher mit dem rührgerät habt gebt dem ganzen zucker und eier hinzu und natürlich vanillezucker nicht vergessen und das rührt ihr so lange bis eine homogene masse entstanden ist schön cremig rühren mehl solltet ihr am besten rein sieben um die klumpen bildungen zu vermeiden und gibt dem ganzen auch noch ein bisschen backpulver hinzu damit es auch ein bisschen schön aufgeht und das ganze verrührt ihr dann mit dem knethaken und im anschluss geht ihr noch mal mit der hand rein und knetet das ganze ordentlich durch wenn eure masse noch ein bisschen zu feucht ist noch nicht die gewünschte konsistenz erreicht hat einfach noch ein bisschen mehl hinzufügen das ist alles wir haben jetzt beide unsere 20er nuggets und unseren hamburger bist du eigentlich schon bereit zu verlieren eigentlich nicht aber gut dass du eingesehen hast dass du verlieren wirst wir fangen zuerst mit dem bürger an das kannst du selbst entscheiden nein nein erst bürger dann auch mal gibt es selbst entfalten ach so ja ich wollte das ist so ein bisschen feeling alles auf candy light dinner ja ja candy light einfach candy light candy light dinner mein wasser ich mache mein wasser direkt erst mal auf willst du schon jetzt wasser über den kopf haben da muss ich jetzt nicht viel zu sagen ich finde so viele videos wie wir schon bei berkling und mexik gemacht haben wir sollten langsam mal so eine gold card bekommen ja man ey du weißt du wirst verlieren sei ehrlich du weißt es nein ich glaube an mich ich glaube an mich okay dann bist du wohl der einzige hier 3 2 1 wenn das so weiter geht das fliegt mit trocken ich mach schon mal nebenbei meine suchen meine suchen auch ich würde mal sagen wir gucken wie es bei den regensburg läuft oder das ist dein kopf das muss so butterig sein aber nicht kleberig ja aber reicht reicht du weißt schon dass das pures fett ist ne also ich schmelze jetzt butter das sind jetzt 350 gramm und dann nehmen wir noch 200 gramm zucker dazu ok das wird jetzt beides geschmolzen oder wie? und zwei packungen vanillezucker kommen noch rein vanilleextrakt und bittermandelaroma intensivieren diesen nusseckengeschmack nochmal auf ein neues level leute der ofen also wenn ihr umluft benutzt 160 grad und wenn ihr ober unterheize benutzt 180 grad vorheizen wenn eure butter zucker mischung geschmolzen ist gebt ihr eure gemahlen nüsse rein und vermengt das ganze am besten nehmt ihr einen großen topf damit das nicht passiert wie lange brauchst du noch? soll ich auf dich warten? natürlich nicht erster nugget zweiter nugget zweiter nugget zweiter nugget zweiter nugget ich hab schon zwei du hast mein burger eigentlich aufgeschen ich werd mich nochmal verlieren wenn mit julian mit julian mein bruder schärfstes wettessen auf ganz youtube müsst ihr euch nochmal geben die minger sind so trocken ne 2,5,6,10,11, das hab ich noch 14,15, ja geht eigentlich ich esse wie so ein schwein alter langsam kommt das kotzgefühl echt jetzt? ja ich lass ihn noch 3 übertreib nicht ich werd nicht nass ja ne dafür bin ich nur gut ne ja was soll mit esslöffeln abwiegen hä? wieviel brauchst du nochmal? acht guck mal nicht mal das kannst du dir merken wieviel haben wir jetzt? vier mach von neun eurer butter zucker nussmischung fügt ihr jetzt noch ein bisschen Wasser hinzu um das ganze ein ticken cremiger zu gestalten und dann könnt ihr auch schon euren teig mit marmelade bestreichen so jetzt kommt's hier auf die masse äh eigentlich kommt Aprikose aber ich mach Kirsche weil Kirsche ist nicht klatsch drauf mach komplett ja geht nicht wieviel das geht das ich krieg das hin fisch also diese kommt jetzt in den vorgeizten Ofen bei wieviel? bei 160 also ich hab's jetzt umluft 160 grad ciao stell einen timer für 26 minuten es würd mir gleich so Spaß machen diesen Eimer in deine Fresse zu werfen ne? geil ich hab mir so ein Teil hängen ey ich kann mich nicht konzentrieren machen ey das hängt alles hier alles ist genau hier der hat nur noch vier Stück drei schau mal hallo schau doch mal ja nicht eh ist nur beidiger wieder sechs sieben und das auch noch mal in Marke da der hat einfach noch einen ganzen 20er ja ok du weißt du musst ihn noch aufessen ne? ey ich hab einfach verloren sagst du echt du hast eine Chance? guck mal ich erzähl euch jetzt wie Can ist bei diesen ganzen Foodtouren ne? denkt ihr Can isst alles auf? nein ich esse alles auf nach dem zweiten Laden ist schon Schluss bei dem boah ich könnte safe kotzen darf ich in den Eimer kotzen und das dann über dich geben aber ich hab nur noch vier Stück das ist traurig ja und du hast so eine große Fresse ich würd sagen du isst das ganze da noch auf und danach kommen wir direkt rüber zur Bestrafung oder? für unsere Greenrose Variante benötigen wir Peanut Butter Lotus Creme und natürlich Nutella und wir haben den Teig in drei geteilt bestreichen ihn mit den ganzen Zutaten außerdem haben wir uns auch noch für Marzipan entschieden Marzipan und Nuss das passt wunderbar zusammen dann macht ihr genau das gleiche wie bei den anderen Nusssäcken geht am besten nicht mit den Fingern rein sonst kriegt ihr Ärger ja oh mein Gott die sind fertig ah oh shit zieht euch das rein Leute zieht euch das rein au ja leise ja leise sei leise nicht dass gleich jemand die Polizei nimmt ja man hör auf wenn das gleich kocht dann geben wir das da rein und dann im Wasserbad bitte schmelzen schmelzen einfach jetzt werden wir hier Nutella dropper drizzeln komm mach mal hier mal so einen schönen Plex hat das was geht was denkst du wer gewonnen hat ja ich sag schaden Denkst du, dass er ernsthaft das Scharen gewonnen hat? Ich hab 100 Mal gewonnen, Junge. Ich hatte noch Zeit. Ich hab noch gechillt danach. Der hat immer noch gegessen. Ich hab überlegt rein zu kotzen, weil ich kotze gleich. Also Scharen, bist du bereit? Nein, ich bin einfach gar nicht bereit. Bruder, auf ganz altmodische Art. Das ist einfach gelb. Ey, das ist gelb. Das ist gut, das ist echt gut. Okay, das reicht. Wie willst du noch mal? Guck mal, ich bin in kurzer Kleidung. Ich zitter jetzt schon. Das ist mir egal. So. Ist das gut so? Ja. Boah, ich werd's jetzt töten, Junge. Erst kommt die Ebbe und dann kommt die Flut. Oh, oh, oh. Das ist Eis. Hast du einen Wunsch, wie du es am besten machst? Nein, mach einfach. Oh, 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 oh mein Gott, das ist so krass. Ey, hör auf damit. Vorne ist nichts nass. Gar nichts. Bleibt wie ein Mann stehen. Oh, 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 oh mein Gott. Du bist so ein Esel. Ja, Leute. Das Schaar ist nass. Ich kotze gleich. Herr, aber. Willst du mich nicht vielleicht umarmen? Nein, nein, bleib mal da, Junge. Sonst nopst ich schnell gleich. Er will dich boxen, Junge. Okay, Leute. Wir machen jetzt Live-Testing. Bika, was ist das für ein Biss? Eichhörnchen. Geil. Das sind jetzt welche? Was ist bei dir drin, Seru? Boah, ich hab keine Ahnung, was schmeckt wohl immer geil. Sahra, Cousin. Wie sieht's aus? Jetzt muss ich aber auch einmal da reinbeißen. Diese Nussecken, zieht euch die auf jeden Fall rein. Ich beiß da jetzt auch mal rein. Hier ist, wie ihr sehen könnt, Marzipan drin. Krass. Oh. Boah, das sieht so lecker aus. Marzipan passt übertrieben dazu, ne? Leute, macht die Dinge auf jeden Fall nach. Das Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. Gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Lasst ein bisschen Liebe dafür, die Green Bros. Schaltet am Sonntag wieder ein, wenn es heißt, was gibt's zu essen. Ja, ich finde das geht, da geht noch mehr eigentlich. Willst du nochmal ein Wettessen gegen mich machen? Nein. Nicht mehr? Das ist gut, du hast gewonnen. Das ist gut, du hast gewonnen. Ich bin der peeler. Okay, jetzt mehr zu essen.